Die 10 besten Open World Spiele für Android und IOS schauen wir uns in diesem Video an. In den Games kannst du jeweils eine faszinierende offene Welt entdecken und lange Zeit Spaß haben. In Pocket Build kannst du eine eigene Fantasy Welt erschaffen. Beim Bauen hast du keine Einschränkungen und kannst richtig kreativ werden. Du startest auf einer Insel mit wenigen Gebäuden und Feldern. Nach und nach erweiterst du dein Dorf mit 9 Objekten, wo du eine sehr große Auswahl hast. Es gibt verschiedene Kategorien wie Bäume und Sträucher, Burgen, Türme, Brücken, Menschen, Tiere und auch Zäune. Neben dem Aufbau einer Fantasy Stadt kannst du auch Ressourcen einsammeln, um beispielsweise spezielle Objekte herstellen zu können. Das Open World Spiel hat auch eine schöne 3D Grafik und es bietet unendlich viele Möglichkeiten. Bei Grand Mountain Adventure gehst du in einer offenen Welt auf Ski- oder Snowboard-Abenteuer-Tour. Man kann frei die Piste verlassen, viele Bereiche entdecken oder verschiedene Herausforderungen machen, wie Slalom, schnelle Abfahrten oder Trickwettbewerbe. Hin und wieder musst du auch vor Lawinen entkommen oder Tieren ausweichen. Das Game bietet mit einer sehr guten Grafik tolle Bilder und ein schönes Spielerlebnis. Auch zusammen mit der Musik ist es sehr entspannend. Seit kurzem ist die App auch für iOS verfügbar. Die Vollversion mit allen 8 Bergen ist kostenpflichtig. Dawn of Isles ist ein sehr gutes Multiplayer-Rollenspiel, bei dem du deine kleine Schwester retten musst, die von einem Zauberer entführt wurde. Du tauchst in eine sehr schöne Landschaft ein und fängst bei Null an dir was aufzubauen. Mit Axt und Spitzhacke sammelst du Ressourcen, baust Felder und konstruierst Gebäude. Zudem kannst du verschiedene Werkzeuge herstellen und zauberhafte Gegenstände erschaffen. Es können magische Haustiere trainiert werden, die dich dann mit ihren Spezialfähigkeiten auf deinem Abenteuer begleiten. Auf deiner Reise gibt es viele Herausforderungen, wo du geschickt Waffen, Fähigkeiten und die Elemente einsetzen und kombinieren musst, um die Schwächen der Gegner auszunutzen. Das Game hat eine super Grafik und ein tolles Spielerlebnis. In Dragon Raja kannst du eine einzigartige Spielfigur erschaffen, mit der du dann eine riesige, futuristische, offene Welt betrittst und mit Leuten auf der ganzen Welt spielst. Die Grafik ist fantastisch und du kannst mit der Umgebung interagieren und vieles beeinflussen. Es gibt eine fesselnde und umfangreiche Geschichte, wo du Belohnungen bekommst, mit denen dein Held verbessert wird. Deine Fähigkeiten kannst du in Echtzeit Spieler gegen Spieler Duellen testen und es gibt auch Gildenschlachten und viele Endgegner und Rätsel, die ihr gemeinsam bewältigen könnt. Im Laufe des Spiels kannst du deinen eigenen Weg bestimmen und extrem viel entdecken, sodass du lange Zeit viel Spaß haben kannst. Westland Survival ist ein Abenteuerspiel, bei dem du als Cowboy im Wilden Westen überleben musst. Als einsamer Held streilst du durch die große offene Welt und kannst Ressourcen wie Holz, Eisen oder Nahrung sammeln, Schätze entdecken, einen Unterschlupf und eine Farm bauen, neue Ausrüstung entwickeln und Tiere züchten. So kannst du dich gut vorbereiten gegen die Banditen zu kämpfen und verschiedene Missionen zu erledigen. Später kannst du andere Gegenden bereisen und andere Cowboys herausfordern. Harvest Town ist ein Simulationsspiel in Pixel Grafik mit Rollenspielelementen und einigen Rätseln. Du spielst eine Person, die in einem Dorf auf dem Land ankommt und in ein interessantes Leben eintaucht. Du baust deine Farm auf und hast sehr viele Freiheiten beim Spielen. Du kannst mit den Dorfbewohnern sprechen, Schätze entdecken und diverse Gegenden erkunden. Das Gameplay ist abwechslungsreich, es gibt zum Beispiel auch Interaktionsmöglichkeiten mit anderen Spielern in Form von Rennen oder Handel. Das Game befindet sich aktuell noch in der Entwicklungsphase und ist daher noch nicht für iOS verfügbar. Evil Lands ist ein gutes Multiplayer-Fantasy-Rollenspiel mit viel Action. Du wählst einen Helden aus, erkundest magische Umgebungen und kämpfst gegen Monster, Drachen und Bosse. Dabei schließt du Missionen ab, sammelst Gegenstände und Beute und verbesserst deine Fähigkeiten. Du kannst online gegen andere Spieler kämpfen und es gibt auch einen kooperativen Modus, wo du gemeinsam gegen Bosse oder Drachen kämpfst, die man einzeln nicht bezwingen kann. Die Gefechte sind sehr spannend und die Grafik ist top. Delivery from the Pain Survive ist ein Strategie-Rollenspiel, bei dem du in einer Zombie-Apokalypse überleben musst. Es gibt eine spannende Geschichte mit vielen Überraschungen, eine riesige Karte mit vielen gefährlichen Gebäuden, in denen du gegen unterschiedliche Zombie-Arten kämpfst, die verschiedene Stärken und Schwächen haben. Zudem geht es gegen starke Endgegner und du lernst andere Überlebende mit interessanten Stories kennen. Deine Entscheidungen beeinflussen die weitere Entwicklung des Spiels. Du musst die Umgebung studieren, um eine Strategie zum Überleben zu entwickeln und um Hinweise zu entdecken, die die Wahrheit ans Licht bringen können. Insgesamt erzeugt das Spiel eine spannende Atmosphäre und kann viel Spaß machen. In dem Spiel Saptire spielst du einen Soldaten im 19. Jahrhundert im Osmanischen Reich. Die interessante offene Welt enthält viele Herausforderungen und viel Action mit Kämpfen gegen Kriminelle und Interaktionen mit Verbündeten. Du kannst deine Spielfigur weiterentwickeln, Geld verdienen, viele verschiedene Waffen und Fähigkeiten sammeln, um besser deinen Orden schützen zu können. Zudem können Fahrzeuge und Pferde freigeschaltet werden. Das Besondere an dem Spiel ist sicherlich die interessant gestaltete Welt, wodurch du gut in die damalige Zeit eintauchen kannst. Oceanhorn ist ein Abenteuerspiel mit einer fesselnden Story und einer schönen 3D-Grafik. Du suchst nach Hinweisen für das plötzliche Verschwinden deines Vaters. Dabei erkundest du die Insel, löst knifflige Rätsel und Geheimnisse und kämpfst gegen Monster mit Schwert und Magie. Insgesamt hat es ein tolles, actionreiches Gameplay.